so ich muss ein bisschen aufpassen die rentner haben wieder neujahrsvorsätze laufen hier den weg mit ihren stöckchen immer hoch und runter und die haben den weg gekauft deswegen darf natürlich kein anderer sein ne spaß verseite muss bei ihm ein bisschen gucken wenn die rentner da über den drüber steigen oder laufen und nicht gucken dann fallen die hin und dann ist gleich das geschrei wieder groß es dauert dann immer bis ungefähr märz dann läuft keiner mehr kommt nie 1 2 3 4 5 6 7 19 hey ja du freundchen so kann man nach hause komm wir gehen nach hause mussten auch noch was essen wir gehen später noch ok immer oh was ist da fall nicht hin junge so noch mal schön dreckig gemacht es gibt eine Halles-A-Cumpe